Du willst wissen, worum es in Kleidermachen-Leute geht? Dann bist du hier richtig, denn wir stellen dir jetzt eine Zusammenfassung, Figurenkonstellation und Interpretation von Gottfried Kellers Werk vor. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Kleidermachen-Leute ist eine Novelle von Gottfried Keller aus dem Jahr 1874. Du kannst sie der Epoche des Realismus zuordnen. In dem Werk geht es um den Schneider-Lehrling Wenzel-Strapinski, der wegen seiner vornehmen Kleidung für einen Grafen gehalten wird. Das nutzt er dann zu seinem Vorteil, bis die Täuschung aufliegt. Klasse! Jetzt hast du schon einen ersten Überblick über die Novelle. Als nächstes zeigen wir dir eine Figurenkonstellation für das Werk, damit du den Inhalt besser verstehst. Der Protagonist der Novelle ist Wenzel-Strapinski. Er ist ein armer Schneider aus dem ausgedachten Schweizer Dorf Seldwila. Er legt viel Wert auf sein Äußeres und trägt deshalb vornehme Kleidung. Er verliebt sich in Nettchen. Sie ist die Tochter eines Amtmannes und spätere Verlobte von Strapinski. Nettchen entscheidet sich am Ende der Novelle für die wahre Liebe und interessiert sich nicht für die Standesunterschiede. Als letztes gibt es noch Melchior Böhni. Er ist ein Buchhalter, der Nettchen heiraten möchte. Dadurch ist er Konkurrent von Strapinski. Böhni handelt nur in seinem eigenen Interesse. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Machen wir weiter mit der Zusammenfassung. Die Geschichte spielt in der kleinen, aber sehr reichen Stadt Goldach. Zur besseren Übersicht haben wir die Erzählung in Sinnesabschnitte gegliedert, die wir dir jetzt vorstellen. Wenzel-Strapinski ist ein armer, schüchterner Schneiderlehrling, der auf der Suche nach einer neuen Anstellung ist. Deswegen verlässt er seine Heimatstadt Seldwila in der Schweiz und wandert in die reiche Stadt Goldach in der Nähe. Strapinski besitzt nicht viel, doch als Schneider legt er Wert auf ein gepflegtes Äußeres und schöne Kleidung. Auf seiner Reise fängt es an zu regnen und ein herrschaftlicher Kutscher bietet an, ihn mitzunehmen. Strapinski nimmt das Angebot an und erscheint in einer prächtigen Kutsche in Goldach. Die Einwohner der Stadt empfangen ihn sehr würdevoll, weil sie aufgrund seines Aussehens und der Kutsche denken, er sei ein polnischer Graf. Deshalb bringen sie ihm sofort das feinste Essen und geben ihm das beste Zimmer der Stadt. Doch Strapinski bekommt ein schlechtes Gewissen und möchte das Missverständnis aufklären. Da er aber so erschöpft und hungrig ist, will er das erst später machen. Im Wirtshaus gesellt sich der Buchhalter Melchior Böni zu Strapinski. Sie spielen Karten und Strapinski gewinnt eine größere Summe Geld, mit der er das Essen im Gasthof bezahlt. Danach möchte er die Stadt verlassen, weil ihm die Situation unangenehm ist. Vorher trifft er aber den Amtsrat mit seiner hübschen Tochter Nettchen. Strapinski verliebt sich sofort in sie. Allerdings gehört sie einem höheren gesellschaftlichen Stand an. Er kommt ihr an dem Abend näher und versucht dabei, einen herrschaftlichen Eindruck bei ihr zu hinterlassen. Weil der Schneider kein Gepäck bei sich hat, denken die Bürger von Goldach, dass es ihm gestohlen wurde. Daraufhin schenken sie ihm neue Kleidung. Strapinski fühlt sich immer wohler in seiner Rolle und lernt, wie er sie am besten spielen kann. Er setzt etwas Geld in der Lotterie, um mit einem möglichen Gewinn die Stadt verlassen zu können. Er fühlt sich aber immer noch schlecht, weil er alle anlügt. Tatsächlich gewinnt Strapinski und kann mit dem Geld seine bisherigen Schulden in der Stadt begleichen. Er verkündet allen, dass er gehen müsse. Als er aber sieht, wie traurig Nettchen über seine Abreise ist, bleibt er. Jetzt möchte Strapinski sie heiraten und macht ihr einen Heiratsantrag. Ihr Vater ist mit der Hochzeit ebenfalls einverstanden. Super! Jetzt hast du schon eine Übersicht von Kleider machen Leute. Du willst wissen, ob die Täuschung auffliegt und wie du das Werk interpretieren kannst? Dann bleib dran! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.